Wahnsinn! So viel kosten die Outfits von Helene Fischer. Bei Helene Fischers Konzert glänzte nicht nur der Regen, sondern auch die Schlager-Queen in ihren Outfits. Die ließ sie sich auch einiges kosten. Bei einem Konzert von Helene Fischer wird es nie langweilig. Ein Hit jagt den nächsten, zwischendurch fliegt die Königin des deutschen Schlagers bei ihren Auftritten durch die Luft und verzaubert mit ihren Looks. Doch was kostete ein Konzert-Outfit der deutschen Sängerin eigentlich? Bei dem München-Konzert präsentierte die Mama von Nala insgesamt vier Looks. Ein besonderer Hingucker war der schwarze Versace Body mit den goldenen Schnallen um 339 Euro. Dazu kombinierte die 38-Jährige eine gleichfarbige Jogginghose mit herunterhängenden Trägern von dem Prada für 1.750 Euro. Das Ensemble kostet zusammen also stolze 2.089 Euro. Helene und ihre Designer Auch für das asymmetrische Kleid mit den Flammenmuster musste die Freundin von Thomas Seitel tief in die Tasche greifen. Es stammt von dem Londoner Designer David Comer und soll auf 1.257 Euro kommen. Nicht schlecht. Dagegen war der orangefarbene Jumpsuit aus dem Hause Dolce und gab Banner ein Schnäppchen 695 Euro. Dafür dürfte dann auf der Bühne in Chanel die Hüften geschwungen werden. Den Gürtel, den die atemlos Interpretin zu dem Einteiler kombinierte, kostet je nach Anbieter 3.154 Euro und 4.418 Euro. Dazu passend, glitzernde Schuhe von Alexander McQueen, die man um 650 Euro erwerben kann. Diese drei Outfits alleine belaufen sich auf 7.845 Euro. Doch für das große Comeback auf jeden Fall eine Investition wert, denn die Schlagerkönigin sah grandios aus. Jahrhundert, glitzernde Schuhe von Alexander McQueen. Ja, schau dir die Achieve, sagen Sie mal. Halbier in Eachine. Achieve, ich bin aus dem Einteiler. Dass wir hier in diesem Einteiler kommen. Den Einteil. Und das mit dem Einteiler kommt jetzt in den Einteil. Es gibt in der corrige Einteil. Es gibt auch eine Erwanderung im Einteil. Die Gürtelung. Es gibt die Gürtelung. Und das lege der Grunde geht. Untertitelung des ZDF, 2020